Das Konzept ist eines der umfassendsten und ganzheitlichsten Ansätze für Key Account Management. Es folgt auf zwei Ebenen einem klassischen Managementprozess. Auf der operativen Ebene, also der Ebene der Key Account Manager, geht es beispielsweise darum, auf Basis eines tiefen Verständnisses der Kundenbedürfnisse eine passende Bearbeitungsstrategie für jeden Key Account zu entwickeln und auf dieser Basis wiederum die richtigen wehrwertstiftenden Lösungen dem Kunden anzubieten. Auf der Corporate Ebene, also der Welt der Vertriebsleitung, der Unternehmensleitung, geht es darum, die notwendigen Rahmenbedingungen im Sinne des Schaffens der richtigen Infrastruktur zu schaffen. Ich habe mich für das Thema Exzellenz im Key Account Management an der Uni St. Gallen entschieden, weil man bei der Suche nach Key Account Management relativ schnell auf das Konzept stößt. Das hier ist ein ganzheitlicher Ansatz, der einfach einem eine 360-Grad-Ansicht bietet über das Thema und auch, ich sage mal, state of the art ist, wie das praktiziert wird aktuell. Und die Verbindung mit der wissenschaftlichen Arbeit und der Praxisnähe, die die Ölöser in Gallen hat, war da für mich eigentlich perfekt. Ich wollte ja auch was haben, wo man über Struktur spricht, wo man darüber spricht, wie man Organisationen weiterentwickeln kann, wie man Key Account besser verankern kann und letzten Endes dann auch den Mehrwert zum Kunden hin generieren kann. Und deswegen hat für mich eigentlich das Exzellenz im Key Account von der Uni St. Gallen ein sehr rundes Bild abgegeben. Und ich hatte am Ende noch zwei, ich sage mal, Systeme zur Auswahl und habe mich dann aber nicht zuletzt, muss ich auch ehrlich gesagt sagen, aufgrund des Namens dann für die Universität in St. Gallen entschieden. Wir konnten im Modul 1 diverse Themen im Key Account Management lernen und diese auch in der Transferarbeiten auf Papier bringen und umsetzen. Und was ich vor allem gelernt habe, ist, im Key Account Management geht es nicht darum, nur den Kunden zu betreuen, sondern effektiv ihn ganzheitlich zu sehen, zu verstehen und schlussendlich auch zu betreuen und den Ansatz anders zu haben, wie der klassische Verkauf. Was ich am Seminar Exzellenz for Key Account Management natürlich auch sehr geschätzt habe, waren die Social Events. Im letzten oder im ersten Teil hatten wir eine Stadtführung. Dieses Mal waren wir im Textilmuseum. War für mich sehr interessant, in die Geschichte von St. Gallen und natürlich auch in die Geschichte der Modewelt einzutauchen. Und natürlich jetzt im Anschluss dann auch noch das gemeinsame Abendessen, wo man die Themen des Tages dann nochmal vertiefen kann, ins Gespräch mit den Teilnehmern gehen kann und natürlich dann auch das ein oder andere Glas Bier und private Gespräch führen kann. Das Exzellenz in Key Account Management an der Universität St. Gallen führen wir bereits über 35 Mal durch. Was uns neben der Fachkompetenz auch ganz besonders wichtig ist, ist die Anwendungskompetenz, in der wir in unterschiedlichen Workshops den Teilnehmern wirklich Modelle mit auf den Weg geben möchten, mit denen Sie dann in der Lage sind, konkrete Ergebnisse für das eigene Unternehmen auszuarbeiten. Wenn Sie Fragen zum Studium oder gerne ein Beratungsgespräch möchten, stehe ich Ihnen als persönlicher Einsprechpartner gerne zur Verfügung.